Oh. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Oh. 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 Eine Sicherung, auf zum Kran. Oh. Oh. es funktioniert es funktioniert wirklich jetzt nur noch goal in das mein bei kiefen und wo ist das mein bike misst ich wusste ich hab was vergessen scheiße das bike ist nicht schwer genug aber goal fehlt ja auch noch ja 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 junge junge ist das dunkel zum glück beherrsche ich die hohe kunst der sonar ortung ich muss nur hören wie die schallwellen von den wänden abprallen und zack sehe ich wie eine fledermaus hier ist eine wand ganz eindeutig licht endlich hier die du jen die 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 nicht so lange ich noch zwei eigene gesunde die beiden sind nicht kompatibel der praktisch noch konzeptionell er ist hallo kommst du öfter hierher wenn ich einen strom eine interessant wenn ich einen strom eine interesse ohne stromkreis gibt es ja auch nichts umzukehren ohne strom mal gucken was passiert wenn ich das daran stecke schade sie haben beide die aber rote lampen eignen sich bestenfalls als rücklicht und wo ich hingehe brauche ich kein rücklicht eine warnlampe also wenn ich schon etwas einbaue dann bitte auch was ein turbo beschleuniger gut ja 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 A Nudelrezept Nicht so lange ich noch Ich habe einen Stromumkehrer verloren und drei gefunden Ich sollte mir die Bilanz nicht ruinieren Da liegt nun wirklich schon genug Nein, wahre Kreativität braucht Mal gucken, wenn ich den Strom Verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe Exzellent Exzellent Knifflig, knifflig. Ohne mein Bike passiert da nichts. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott. Halb so wild, ohne Gold. Ohne. 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 um das ist die verlegt die verlegt die verlegt die verlegt Und was wird das jetzt? Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten, also lass das bitte sein. Ah, die Lampen müssen ja auch irgendwas auf sich haben. Er sagt ja, nimm einen, der ist so dunkel im Gang. Also vielleicht, wenn ich die weiße da reinschraube. Haben wir vielleicht, oh guck mal, Licht, 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 Licht. Geben wir jetzt hier rein. Junge, Junge ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonar. Ich kann scheinbar nicht. Hier ist eine. Hä? Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht. Blöd, dass der Scheinwerfer nicht um die Ecke leuchtet. Ja, warte mal. Da. Halt ihn nach vorne, dann leuchtet's. Spot auf, unseren Freund, den Gleisarbeiter. Okay. Hey du, halt mal den Spiegel. Na, so wird das aber nichts. Du musst mir schon etwas entgegenkommen, fauler Sack. Okay. Okay. Nicht fallen lassen, okay? Und Lampe wieder anmache. Fuck. Funktioniert das? Geht das? Das grelle Licht stabilisiert die Schallwellen. Ich kann im Dunkeln sehen. Out. Oh, es hat funktioniert. Hi, bitte. Keiner Vogel, Klügerner. Eine Flasche. Jetzt haben wir gleich einen Hebel. Hebel, 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 Hebel. Dazu müssen wir erst das Beug drehen. Hebel, 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 Hebel Okay, dann hebt Goal mal da rauf. Okay, was kann man da noch anbringen? Nicht so lange ich noch zwei. Das Werkzeug ist und dieses hier ist ne. An Umkehr ist nicht Scherben bringen Glück, aber ich brau. Hiermit taufe ich Würfen. Jetzt mach mal hart. Du kannst ja gerne ein. Das heißt aber nicht, dass du gleich die ganze. Dann drück dich beim nächsten Mal. Hallo. Was? Oh, hallo. Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha! Und ob. Wieso fragst du? Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ah, ein Frauenversteher bist du auch noch. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immerher damit. Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den Rät. Wirklich? Ja, lass die. Da holt man sich nur elf. Danke ist sonst noch. Nichts, was ich s-selbt dir. Ich im. Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unrast ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte. Ich mach's dir vor. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Ja. Und dann schließlich, ähm, ich bin ja schon ganz vertranst. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Leck mich doch am Arsch. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Hehehehe. 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 Bis zum Horizont. Ach du Scheiße. Bis zum. Also gut. Horizont fixieren. Konzentration. Und. Tetanus ist das bequem. So kann sich doch keiner konzentrieren. Irgendwas mache ich falsch. Man soll keine Sachen, wenn man vorhat. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Bein hinterm Kopf. Check. Horizont fixieren. Check. Und los. Was? Hehehehehe. Ich bin ein... ein... eine... pfff... Scheiße. Mumpy! Und nun? Mist, aber jetzt! Nein! Der Doc hat mich belogen. Ich hab doch alles richtig gemacht, oder? Man soll kein Wimmern vorzuhören. Und was wird das jetzt? Ich kann mir keine entstellenden Infektionszahlen, so lass das. Hallo! Hm? Oh! Ich schämme. Äh, körperlich. Das wissen wir doch schon. Nein! Gummich nur hier. Anschließend alle. Jetzt mach du das. Dann drück dich beim nächsten... Ich habe später noch Zeit, mein Gefürcht... Scherben bringen, aber ich... Scherben, aber ich... Ich habe sch... Hiermit, wir finden... Ich habe sch... Wahre! Ich habe sch... Homm! Ey! Homm! Mist, aber jetzt! Nein! Ach! Der Doc hat mich belogen. Ich habe doch alles richtig gemacht, oder? Homm! 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 Ich... Homm! Ein Bauteil der Snoop... Ha! Die eines von dem du nicht ständig runter... Ich weiß! Hirnimplantat und so! Aber würde am besten in diesen... Na gut, ich lass mir was ein. Vielen Dank.